hi ho und willkommen zurück meine lieben strategie spiel und königswerder freunde zum majesty hd majesty gold hd ich habe die im puff guards mod schon mal wieder aktiviert und dann laden wir einfach unser spiel vom letzten mal das dark forest und bringen diese quest dann mal zu ende jetzt haben wir jede menge spinnen hier unten haben wir das gebiet noch nicht entdeckt wir können ja mal eine 1000 attack flag auf das ancient castle setzen und ja erkundungsflaggen in die entferntesten gebiete wie hier unten zum beispiel hier sind übrigens noch solche wurzel kerle also dark woods die demon woods oh oh wer ist da getötet worden ja da sind auf jeden fall leute gestorben so wir haben einen neuen worrier auf discord nochmals habe ich den worrier angeheuert ja ich habe worrier angeheuert ja genau prügel euch ruhig mit dem wollte ich sagen da levelt gerade mein kultist auf der normalerweise gar nicht viel kämpft ach herrje da hast du dir aber auch was vorgenommen oh da hat es einen meiner zwerge erwischt das ist immer unangenehm wenn es zwerge erwischt ja ich muss mir halt im klaren sein dass das hier das dark wood ist und hier überall böse gegner rumwuseln die stark sein könnten oh das hat war eine meiner solaris davon bräuchte ich auch noch mal eine extra ich habe nämlich nur bis jetzt drei stück äh da hat es jetzt meinen 10er warrior erwischt das ist ärglich welches level hattest du 1 ok du bist vertretbar wir müssen eigentlich bald einen friedhof hier haben ja da ist er sogar direkt neben meiner fountain das ist nicht so schön so das dark castle ist abgeholzt dann kümmert euch mal hier um solche sachen was wollen meine level 1 mag hier immer da unten bitteschön gut die sind alle level 1 was frage ich dann also das war wieder einer meiner normalen warrior ersetzen wir ihn wieder durch einen discord warrior ihr seid level 1 was wollt ihr immer dort mit dem gefährlichen gebiet du bist level 1 und rennst vor zwei bären weg kommt ihr seid level 1 geht in die fairgrounds und levelt erstmal auf ja du bist level 6 und ziemlich gut dabei beim töten hier ich soll dich auf jeden fall am leben halten vor allem du hast keinerlei das wäre es jetzt gewesen wenn ich es geschafft hätte den toten baum zu heilen du hast keinerlei ähm heiltrecke dabei und du bist tot weil ich dich geklont habe anstatt zu heilen ein level 2 magier ist gestorben da ist wieder der level 1 da hinten hingelatscht was auch immer ihr da oben alle immer mit eurem level 1 wollt da sieht alles gut aus so zwerg gegen baum merce eva gewinnt Wer ist da jetzt gestorben? Oh. Oh, die beiden haben es zusammen geschafft. Du wirst mal geheilt. Das ist schon mal recht gut. Deine Stirb bei Level 3 Magier gerade. Die Bobby of Discord sind wirklich verdammt stark eigentlich. In allen anderen gehen sie zauber so aus, als ob alles funktionieren würde. Ja, da ist halt noch verdammt viel zum Aufdecken. So, kümmern wir euch mal um den da. Dann können wir uns um die da unten kümmern. Jetzt müssten nämlich unsere Ranger endlich mal zufrieden sein, damit diese Ecke aufdecken, die sie nicht aufdecken können, weil sie immer am Wegrennen sind. Oh, ein Level 1 Zwerg. Sunscorch. Ah, das tut sogar ordentlich weh. Kostet auch entsprechend was. Ach so, der Zwerg hat es auf die Explorer Flag da hinten abgesehen. Ja, kaum sind die Ranger mal woanders unterwegs. Da habe ich es nicht schnell genug geschafft, die zu heilen. Oh, mein anderer Zwerg ist wieder unterwegs dahin. Oh, aber Maggi hat es geschafft, die zu töten. Da geben wir jetzt die Kultisten aus. Weil sie sich wieder mit irgendwas anlegen, mit dem sie sich nicht anlegen sollten. Das war einer meiner Warware auf Discord, den konnte ich auch nicht heilen, weil der Baum im Weg war. Da ist noch ein Graveyard aufgeploppt. Wahrscheinlich ist der hier schon überfüllt. Gut, das kann doch noch eine Weile dauern, bis wir das hier erledigt haben. Allein schon wegen den Darkwurz hier unten, die Nerven. So, kriegst du den Tod? Ja, er kriegt den Tod. Sehr schön. Ihr Ranger könntet euch eigentlich mit den blöden Pflanzen anlegen. Genau. Der zerlegt die Darkwood-Bäume da gerade wie nichts. Okay. Gilden sind eigentlich alle voll. Ich glaube, bis auf die Kultisten-Gilde. Jo. Der Ranger rennt einfach vorbei. Ich glaube, so das Gefühl, dass hier in dem Bereich dieses blöde Castle ist. Oh. Nicht mal heilen. Boah, haben wir viel Geld, ey. Ich glaube, das nutze ich mal, um bestimmte Sachen hier mit Ballistatürmen unter anderem abzusichern. Die scheinen auch nicht teurer zu werden. So, erst mal das und dann gucken wir mal nach Tempeln. Helia oder Krypta? Wobei, Helia habe ich doch hier, oder? Ja. Ja. Ja, lassen wir die Leute einfach mal bauen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt noch mehr Krypta-Priesterinnen anheuern möchte. Weil ich habe auf jeden Fall herausgefunden, wir können nur bestimmte Kombinationen haben. Nämlich Agrela und Dauros ist eine Kombi. Krypta... Äh, nee. ...